Ohne Gewerkschaften sind ernsthafte gesellschaftliche Veränderungen hin zu einer solidarischen, sozialen Gesellschaft nicht denkbar, eben weil Gewerkschaften über das Machtmittel des Streiks verfügen und damit ökonomischen Druck ausüben können, im Gegensatz zu vielen anderen gesellschaftlichen Gruppen. Und in den letzten Jahren beobachten wir neue Kämpfe um Arbeit, zum Beispiel in den Krankenhäusern, im Einzelhandel, bei Amazon. Und in diesen Auseinandersetzungen werden neue Formen des Streiks, neue Formen der Auseinandersetzung entwickelt, die zum Teil eine Chance bergen für eine Erneuerung der Gewerkschaften, für einen Strategiewechsel hin zu einer Konfliktorientierung und einer demokratischeren oder beteiligungsorientierteren Gewerkschaft. Wir wollen diese Erfahrung festhalten und auswerten und in Form zum Beispiel von Studien, von Publikationen, aber auch von Veranstaltungen der Gewerkschaftsbewegung zur Verfügung stellen und aktiven Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern so auch eine Plattform bieten, um sich auszutauschen.